In der Vergangenheit verwendeten die Algerier die traditionelle Olivenfresse im Zeitaltar der Olivenfrüchte und verwendeten sie es in All. Es ist eine große Steinmaschine, in seiner Mitte befindet sich eine Holzschale. Oliven werden hineingelegt und dann werden die Oliven direkt durchdrehen des Rades gemahlen. Das aus der Tradition eine Gewetschmaschine, gewonnene Oli zeichnet sich durch seinen guten Geschmack und seine vielen Vorteile aus. Obwohl diese alte Maschine weniger gebraucht ist, ist es jedoch ein historisches Erbe und ein Touristenziel, in dem Besucher etwa über die Einfachheit des eingestammten Lebens erfahren können. Amen.